Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Format von mir. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, habe ich mit dem Heilfasten angefangen. In der Zeit, wo ich das Heilfasten mache, da werde ich komplett auf feste Nahrung verzichten. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Es kann schon nach drei Tagen zu Ende sein, aber vielleicht schaffe ich das auch drei Wochen. Da lasse ich mich von meiner Ausdauer überraschen. Getränkemäßig schränke ich mich da fast gar nicht ein. Die einzige Einschränkung, die ich mir selber stelle, ist, dass die Kalorienzufuhr auf maximal 1000 Kalorien am Tag gedeckelt wird. Aber wenn das nicht klappt, ist es für mich persönlich nicht schlimm. Hauptsache ich schaffe es, auf die feste Nahrung zu verzichten. Heute ist der erste Tag, wo ich das jetzt gemacht habe. Und mir geht es noch relativ gut. Also ich habe keine Beschwerden. Ich bin ab Vormittag aufgestanden, habe sehr viel Wasser getrunken und auch ein bisschen Cola. Fast die komplette Flasche. Eine so eine Flasche hat 420 Kalorien. Also ich bin noch absolut in meinem mir vorgegebenen Rahmen. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich werde ab heute jeden Tag ein Video so herausbringen, wo ich so erzähle, wie es mir mit dem Heilfasten so geht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Ah! Bis zum nächsten Mal.